Hallo, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Pascal Foggenhuber. I'm Dr. Joe Dispenza here. I'm Bruce Lipton. I'm Anita Morjani. Mein Name ist Gabriel Palacios. Hier ist Oberbis und ich freue mich, dabei zu sein in diesem Jahr. To the Flow Summit of 2021. Willkommen zurück. Deine Reise beginnt nun. Jeden Tag ist ein neuer Anfang und eine Möglichkeit, für einen noch klareren, noch bereicherteren und noch schöneren Weg. Alles beginnt in uns und umso mehr jeder einzelne Mensch bereit ist, wirklich diese Heilung in sich geschehen zu lassen und Altes loszulassen. Jedes Mal heilst du damit ein Stück die gesamte Welt. Und schau dir die Videos an. Bei diesen Videos, du intuitiv fühlst, dass es die richtigen für dich sind, für deinen Weg. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es dich mir ?"